Du musst erst mal wissen, was gibt es denn überhaupt bei mir? So, dann brauchst du natürlich noch mehr Wahrnehmungsmodelle wie Persönlichkeitstyp. Ja, so, was für ein Persönlichkeitstyp ist das? Du solltest, weiß ich, einen IQ-Test haben, du solltest einen Skill-Test haben. Aber wenn du dann einen Persönlichkeitstyp hast, dann ist die Frage, wie weit ist der von der Entwicklung? Weil Leute durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen in ihrem Leben. Und je nach Job brauchst du halt zum Beispiel jemanden, der schon an einem gewissen Level ist. Weil es ist ja so ähnlich wie Federweißer. Federweißer ist ja Traubensaft schon ein bisschen angegoren. So, du hast Traubensaft, du hast Federweißen. Welchen möchtest du anbieten? Welchen brauchst du dafür? So, es ist ja nichts verkehrt mit Traubensaft, es ist auch nichts verkehrt mit Federweißen. Die Frage ist, worauf hast du Lust und was brauchst du hier?